Das Viertelfinale erreichen, das ist sicher von allen das Ziel und ab dem Viertelfinale ist dann alles möglich. Mit dem K.O.-System brauchen wir nur 80 Minuten überstehen und dann, von der Kondition her, sind wir sicher die stärkste Mannschaft. Vorstoß ins Halbfinale und eventuell Finale. Wir sind ins Viertelfinale, Halbfinale und dann ins City Club rein, dass wir im HNP-Stadion nochmal spielen, dritter, vierter oder erster, zweiter. Ja, ist ganz klar, in einem Titel wünscht sich jeder. Schauen wir mal, wie es geht. Man wird ja wohl noch träumen dürfen.